Jo, jo Leute, was geht ab? Nadine und Erksen wieder am Start. Hallo! Freunde! Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar... Sie! Das Spiel heißt It Takes Two. Und wir sind, glaube ich, schon relativ weit. Wir haben schon viele, viele Abenteuer erlebt. Leider! Ja, aber es... Es ist ein Superspiel. Es ist auf jeden Fall das beste Spiel der letzten paar Jahre, würde ich fast sagen. Soweit würde ich mich aus dem Spiel... Äh, aus dem... Ach Gott, was wollte ich sagen? Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, weil... Mich dieses Spiel halt einfach... Irgendwie zur Zeit gerade richtig abholt. Es... Ich auch. Fällt mir sehr gut. So, Nadine. So. Ich hau hier wieder die Werbung raus, während du nichts machst. Ich auch. Doch, ich auch. Nice-u. Nice-u. Nicht immer gleich schon schimpfen, ehrlich. Ich bin ein Stenker, Heini. Es ist hinlänglich für die... Wir sind noch nicht mehr zehn Minuten an der Abenteuerbahn und du schimpfst schon wieder mit mir. Weißt du das? Das geht nicht. Ich hoffe, du kannst mir noch einmal verzeihen. Ah! 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 Ich hab mir... Ich hab jetzt... Was hast du zu trinken? Kurzer Check. Ich hab Selta und du? Ich hab ein, ähm... Augustiner. Lagerbier. Hell. Uh, lala. Ein Bier, ein Bier. Ja. Das ist, äh... Können wir auch gut haben. Haben wir, glaub ich, nicht. Hab ich ausgetrunken, oder letztes? Oh! Ui, ui, ui. Ach ja, wir müssen... Ach, scheiße. Ich will das nicht mehr spielen. Wir müssen die... Das ist ein armen Elefant. Oh, nein. Wie traurig. Nein. Er ist super langsam, auf jeden Fall. Der Greifer, ja. Ich glaube, am besten ist einer... Einer macht die... Ja, ja, ja. Perfekt. Einer macht die Bombe. Einer macht die Bombe. Genau. Scheiße, ich hab sie getan, ja. Ich dachte... Warum? Warum? Weiß nicht, ich dachte, wir kriegen die. Er fällt auch immer zurück. Na, okay. Du sagst jetzt, oder was? Ja. Ich hab's einfach getan. Oh, sch, 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 sch. Hast du gut gemacht. Oh, Sünde. Ich kann nicht hinsehen. Das ist ein kleiner Elefant. Jetzt hängt er auch noch fest. Jetzt hängt dieser kleine Elefant auch noch fest. Oh, wir helfen dir. Oh, Gott, sind wir brutal. An ihren Öhrchen. Okay, bist du auch gleich so weit? Sorry, dass ich nicht so ein Wichser bin wie du. Ja. Oh, Sünde. Och. Nein, ihr Bein ist abgerissen. Oh, Gott. Oh, das können wir ja nicht machen. Das ist super mies. Erstmal reißen wir ihr ein Bein ab. Oh, Gott. Was machen wir denn hier? Was machen wir hier? Alter, das ist... Leute, ich nehm alles zurück. Ist kein schönes Spiel. Das ist richtig fies. Ich höre dein Handy. Der Streamer hat dein Handy. Wir müssen es einfach nur schnell beenden. Oh, jetzt auch noch in ihr Ohr. Jetzt reißt auch noch das Ohr ab. Bitte nicht. Oh, Erki, mir kommen die Tränen. Ja, das ist zurecht. Was ist das für ein gemeines Ding? Das ist super gemein. Jetzt reißt auch noch der... Jetzt schmeißen wir sie noch auf den Boden, oder was? Und treten sie. Oh, Alter, wir sind so ne Wichser. Das ist gut, honey. Ja. Ja, come on, darling. Oh, Cutie. Oh, are you okay? Oh, no, Cutie. Poor Cutie. Ich bin sorry. Ich bin so sorry, dass du dich schuldigst. Du bist so nett. Ich bin so nett. Du bist so nett. Du dumm. Du dumme Eltern. Du bist so nett. Es waren wie eine Träne erhaschen. Das ist so dumm. Wie sieht der an? Einfach nur tanzt. Ich wasche meinen Arsch. Ihr müsst sie zum Lachen bringen, Mann. Das ist doch klar. Die Teile sollte sein. Oh, nein. Oh, nein. Sie sind so dumm. Oh, nein. Nein, nein, das kann nicht sein. Die Teile sollte sein. Ah. Was ist das? Hey, May, May! Bleib mich alleine, es ist vorbei. Ich denke, es ist ein Buch von Rose. Liebe Mutter und Vater, ich bin sorry, dass ich das mit dir gemacht habe. Was? Ich weiß, wie alles gut machen. All you have to do is I think this is it, this is the answer! Go on, how do we break the spell? All you have to do is Oh, not so fast! Oh, nein! That's all letter! You're not ready for it! Drei Zuschauer! Was geht ab? Wer schaut uns zu? Hauptmann was in den Chat! Nooo, you idiot! Seid Teil der Community! Take it out of here! Yes, I did! To four pieces! You put them together, you get the answer! Oh, you thick-headed book! Olle! 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 It's time to dive deeper into your souls and collect the four letter pieces! Let's go! Hey, where are you going? Get him! Get the letter! Sünde, ey! Haben wir den kleinen Elefanten gekillt? Oh... Oh, what? What? What's that stört? My love is Couch! No, this is Dr. Hakim's Carpultherapie! Berlin, we're seeing it for the Partherapie, okay? Mm-hmm. Gib dir Mühe, Erklipp. Ja, du dir auch. Du mit deiner Holznase. Hey. Oh, wir sind sogar festgeschnallt, oder? Oh, wir sind gefangen. Sie ist niemals bei Hause. Entschuldigung? Ich arbeite für beide. Ich kann nicht in zwei Pläten am gleichen Zeit, kann ich? Oh, unless Sie wollen mich zu clone, mich selbst. Clone, oh, bitte, don't be ridiculous. Du denkst, dass Zeit nicht limitlos ist. Das ist ridiculous. Du hast keine Ahnung von Zeit. Aha. Kloning und keine Ahnung von Zeit. Good insight. Wir machen bereits ein Prozess. Great, get ready. Hiya. Oh, wo sind wir denn jetzt? Where are we? I have no idea. Hola, host. You're inside. Your family is Coco Clown. Hi. Well, you wish you could clone yourself. Now you can. Okay. Deine neue Fähigkeit. Aha. Nice. Is that me? It's you and me. That's right. But as you can see, you're on parallel tracks, not connected to each other. You must follow these tracks and make them beat again. Remember that. If you succeed, you will be rewarded. Your first piece of the letter. Good luck. Okay. Erstes Teil. I'm so anstrengend. Wengsen schreiben 1 in chat. Hola, sweetie. Wengsen. Klon zurücklassen. Also, ich kann jetzt hier irgendwie einen Klon hinstellen. Pass auf. Und dann kann ich mich zurück teleportieren lassen. Ah, ich kann hier was zurück aufbauen lassen. Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe. Hast du gesehen? Ja, du hast das irgendwie... Genau. Oh. Lass uns hier warten. Jetzt werde ich die Zeit wieder zurückdrehen. Und dann flitzen wir da schnell durch. Okay, bist du bereit? 3, 2, 1, los. Oh. Okay, cool. Mach mal... Mach mal... Schalt mal den Schalter. Drück mal... Ah, weißt du was? Ich kann hier... Ich kann... Ah, warte mal kurz. Scheiße. Kannst du mir das nochmal hoch machen? Ja. Ich habe aus Versehen nicht meinen Klon dagelassen, weil ich nicht wusste, was passiert ist. Aber den kannst du doch hier... Den musst du doch nicht abholen, oder? Ja, ich komme aber immer wieder zurück zum Klon, weißt du? Ach so. Also muss ich hier jetzt einmal mich klonen, das hier festhalten. Okay, jetzt musst du den Klon machen. Ja, genau. Warte. Okay, mach nochmal so. So, warte. So, warte. So, klonen. Kann ich aber nicht, leider. Ich kann mich so nicht klonen. Jetzt? Nee. Nee, leider nicht. Ah, ich weiß. Aber hat er gerade gesagt. Warte, 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 warte. Du gehst einfach hier hin und stellst den Klon hier hin. Dann teleportierst du dich einfach zu dem Klon zurück. Ah, okay. Genau. So, hier habe ich ihn hingestellt. Ach, weil ich dann schneller bin, ne? Ja, richtig. Okay. Okay, und los. Haha. Bist du draußen, sehr gut. So, und jetzt habe ich, glaube ich, irgendwas angemacht, ja. Yes, das läuft bei uns. Alter, mein, das ist Hammer klein. So, jetzt geht's besser. Okay, was ist hier los? Hier links sind Jump-Run-Dinger. So, da sind Seilgedöne. So, da können wir auf jeden Fall dann rüber. Dann irgendwann, ja. Erstmal müssen wir hier was erledigen. Okay, hier ist ein Haken. Du und dein Kletter, ne? Hey. Kümmere dich um deinen Haken, okay? Ja, da brauche ich ja dich für. Guck mal, wie easy, wie easy ich hier am Start bin. So, pass auf, ich drehe die Zeit zurück. Dann hängst du dich da wieder ran. Und schwenkst drüber. Genau, da haust du auf den Knopf. Chaka. Uh, lala. Weiter geht's. Wo sind wir hier, Alter? In so einer Uhr, oder was? Oh, scheiße. Ist du hier zugegangen? Nee. Was ist da passiert? Ist da was kaputt gegangen? Nee, da ist was aufgegangen. Ist da super, super laut. Okay, kannst du auf die Dings gehen? Ja. Dann stelle ich hier meinen Klawn hin, oder was? Das weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ich komme einfach mal wieder zurück zu dir. Ich lasse mal Zeit weg. Dann kannst du dich auf den Adler, kannst du dich jetzt zurückseppen? Ja. Jetzt stehe ich hier. Oh, scheiße. Ich bin runtergefallen. Scheiße. Wie, hinten runter, oder ist es einfach dumm runtergefallen? Hinten runter. Warte. Ich komme zurück zu dir. Ja, lass es bitte so stehen. Und ich kann mich hier hin, denn ich bin ein Klawn. Der Adler fährt wieder runter. Und ich gehe... Gesundheit. Hey! Sorry. Ah, sorry. Gesundheit. Jetzt stehe ich hier. Okay. Du könntest... Schau mal bei mir. Ah, ich glaube, du musst nach rechts. Um dann... Ah, nee. Ah, du stehst ja jetzt drauf. Geh mal nach links. Also auf den linken Bügel. Dann... Warte. Ja. Ich drehe jetzt die Zahl wieder zurück. Und dann wirst du ja hochgehoben. Mhm. Dann gehe ich hier. Alles klar. Was ist passiert? Ah, wir gehen weiter da hinten und die Tür ist auf. Oh, that owl looks so... Boah! Was ist das? Die Eule wurde zerstört. Du musst die Zeit auf jeden Fall zurückbrennen, würde ich sagen. Was bringt uns das jetzt? Ah, cool. Ich wurde hier rüber katapultiert. Mit dem Schlag, oder was? Ja. Äh, okay. Warte mal. Kannst du es nochmal runter machen? Ich gehe hier rauf. Und du schmachst nochmal hoch. Äh... Wo kann ich jetzt hin? Oder soll ich mich hierhin teleportieren, oder sowas? Genau. Lass da mal den Klon stehen. Hab ich? Lass mich runter und gehst zum Klon. Bist eine Etage höher. Ja, perfekt. Genau. Und hoch. Ja. Okay, was machst du? Du gehst weiter? Ich gehe mal kurz weiter und gucke mal hier, was so geht. Hier kann ich irgendwas zerstören oder öffnen. Here we go. Wenke hat Gesundheit gesagt. Danke. Das ist für dich. So. Kommst du jetzt hierher? Oder was soll ich? Zu dir? Ich komme zu dir. Alles klar. Wo bist du denn? Ich glaube, ich komme zurück. Zu dir. Ja. Obwohl, nee. Wo bist du denn jetzt? Wenn ich hier runterfalle... Soll ich runterkommen zu dir? Geht's da bei dir weiter? Ich bin ja jetzt schon wieder ganz woanders. Aber ich glaube, bei mir geht's nicht weiter. Ich komme einfach mal zu dir. Dann haken oder so, wo du dich rüberschwingeln kannst? Ey, da ist nur die... Komm mal wieder. Dann können wir mal zusammen gucken. Hier ist auf jeden Fall... Dieses Ding habe ich ja betätigt. Nein, andersrum. Du läufst da hinten. Ja, warte, warte, warte. Ich war gerade dumm. Vielleicht bin ich auch nicht dumm. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt sehe ich dich da unten. Ich bin hier oben. Dann spring ich runter, liebe Lein. Ja, okay. Ich wusste jetzt nicht, wo es lang geht. Wo sind wir diese Figuren denn hingefahren? Hier durch, oder was? Yes. Ah, ja. Okay. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Alter. was geht gut hier kommt ein vogel raus hier du musst da ein ding wenn du draufstehst du musst du einen Klon drauflassen auf welchen anderen ist egal ist egal weil guck mal in der Mitte geht dann immer ah doch geh auf den anderen und dann machst du ganz schnell telefonierst dich zurück und bleibst stehen genau was ist das für ein Ding damit kannst du mich hochschießen hört mich selbst wahrscheinlich auch ah ne sicher du reichst ich reiche da kann ich ganz viel springen üben ja keine ahnung ein Ritterboot stell ich mir das vor oh man du machst nur Vorwürfe du machst mir nur Vorwürfe ich kann nicht mehr ich bin immer noch am Arbeiten wir verlieren alles was wir haben was wir uns aufgebaut haben ja oh das haut in mein herz rein kurzer deep talk hola da da ist ein Knopf den du drückst du bitte hab ich schon ne unter meiner Glocke bitte ach und ah muss ich beide drücken ach so ich muss mich teleportieren warte kurz äh so dann mach ich so wir sind auf einem feste oh ich bin hergeblieben irgendwo witzig oh oh hier brennt es ok ja ich kann die Regenwolle komm lassen kannst du da irgendwo an so ein Ding ziehen oder so ähm ich bin mal hier oben nein was ist hier oben warte hier ich hab was gefunden yes und bewege es einmal ach so ich kann es regnen lassen wahrscheinlich ja ich kann es regnen lassen wieso kannst du das weil ich die Zeit vor uns zurückdrehen kann warte jetzt noch einmal da rüber bitte warte jetzt oh oh die Brücke geht um wir haben hier auf jeden Fall Strom ja so Buzzer und auch Fischer ah guck mal da hinten hast du den Buzzer da schon mal gedrückt da drüben ne ah guck mal hier warte ich muss mich hier wieder teleportieren muss ich sagen weil wenn ich einmal hier drüben ach Bull du kannst ja auch du einmal und ich einmal oh scheiße jetzt bin ich tot gegangen und nochmal ach so wir müssen gleichzeitig wahrscheinlich ich glaube das ist so geschaltet dass wir nicht beide gleichzeitig machen können 3 2 1 so und jetzt warum fahren sie nicht los das ist ja komisch als sie gleichzeitig konnte hier ist noch so ein Viech was denn ein Viech ah ey was nennst du ein Viech ah 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 ich muss ach der muss einhaken der Brückenfesthalter dann teleportier ich mich kannst du genau machst du das mit deinen Teleport-Skills warte kurz er geht und let's go los hey ihr sollt hier nicht den Welt abholst oh eine Uhr okay now you just open this gate should be a breeze no 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 erki machst du auch mit ich hab noch da die die Frau geärgert okay ich glaub das bringt wahrscheinlich gar nichts oder du musst die Uhr einstellen die da oben ist genau ist doch wohl klar Darth Weaver woopla Robert was geht ab alle hier Zuschauer in der Billings woop woop hier hinterher hier sind Rosendinger können wir irgendwie weg machen aber unsere Püppchen sind schon weiter gefahren ja müssen noch hinterher wie geschieht doch irgendetwas die kann ich Anschwung geben guck mal und ich laufe hey vorsichtig was du sagst du hast eine Windel an ihr seid meine Rosen ihr blüht immer richtig auf wenn man hier reinkommt ja wie schön Robert wir duften wir duften auch nach Rasen aber nur aus dem Po denn ich habe eine Rose in meinem Po steckt oh Gott halt den Sammel oh 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 blöde kackbuch echt echt ich dufte ich muss noch mal meine Latenz zum Chat einstellen irgendwie weißt du das doch bestimmt Robert wie das geht irgendwie wird mir jede Nachricht immer erst 15 Sekunden später angezeigt deswegen oh geil ist das ein Gryffin oder was das war aber ein Adler wir können auch oh heftig flitzen alle meiner schreien richtig so was müssen wir hier machen oh was ist passiert ich bin in die Beutzon reingestellt ach man darf nicht in diese Kugel kommen an diese okay was können wir denn jetzt hier machen man darf nirgendwo gegenfliegen okay so jetzt müssen wir erstmal abchecken was wir machen ah da sind Türme genau flitzen mit dem Vogel schockt voll wir müssen zusammen zu jedem glaube ich ergehen du musst herkommen oder soll ich zu dir kommen komm schon oh wow das ist cool ich bin voll gegen den Turm geflattert ich bin kein guter Pilot ich bin eher ein sogenannter Bruch Pilot was machst du mit dem armen Vogel mit Kuh ich mache schon die meiste Arbeit oh unsere Vögel hätten wir sie mit parken müssen die kommen gleich what is it ah guck mal da hinten läuft eine Uhr ich wette wir dürfen immer nur darauf wo auch gerade die Uhr ist denn es ist also grün jetzt und rot und blau und blau easy for me ich bin richtig gut drauf ne Erki heute ja ist gut merkst du ne ich glaube du hast gute Vibes ach du scheiße grün scheiße verkackt hä wie sollen wir das denn machen äh die sind eingerascht oh geil ich laufe hier einfach rüber weil ich es kann ah was bedeutet das jetzt warte 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 blau kannst du komm mal ich kann so machen und umändern warte mal hier ist auch noch was wir brauchen blau grün okay mach mal so blau rot okay wir brauchen blau grün gubelein guck auf die Uhr nach der Reihenfolge genau und der andere muss am besten auch blau oder grün sein der allerletzte äh muss ich mich dann jetzt hierhin teleportieren am besten ja so ne also warte mal oh ja das war ne macht das macht das Sinn ne es macht keinen Sinn ne pass auf du einfach einfach kurz zuhören du siehst die Uhr da hinten ja ja und ich der erste ist hier ein blaues äh ein blaues podest ich muss ja jetzt vom blauen aufs rote ne muss ja vom blauen aufs grüne genau richtig deswegen bin ich hier jetzt grad falsch ja so das meine ich dann ist rot aber so wär's ja jetzt nach der nach der Dings perfekt aber der letzte ja weil dann warte mal genau da muss ich mich einmal hierhin teleportieren weil der letzte muss ja einmal blau sein ja genau genau dann muss ich hier einmal dann warte ich bis du da bist so und dann müssen wir so good girl okay so machen wir es alles klar dann muss ich das jetzt wieso ging das jetzt nicht du warst zu schnell okay gut ich dachte ich krieg's hin aber ich war zu schnell okay so blau grün langsam chill jetzt und jetzt los yes wow easy sagt er jetzt kann ich hier irgendwie mich scheiße jetzt kann ich selbst mod begehen aber wo muss ich denn jetzt hin ah ich kann ja die Uhr anhalten wieder zurück oder was geh guck doch mal ich kann die Uhr das machen was du brauchst sag doch was du brauchst du verstehst das nicht übrigens muss ich denn zu dir okay ich möchte blau du gehst jetzt erstmal blau du klein oh ja naja im gesprung halt es bitte fest halt es bitte fest jetzt möchte ich rot bleib bei rot grün oh das war knapp toll das ist nicht dein ist doch alles easy ich mache eine show ich mache eine show weißt du ich möchte auch dass die leute untertänt sind ich mache die paddle attack platz 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 haben wir jetzt das erste force field weg gemacht oh glühbärenchen aber wo ist mein vogel weißt du noch wo wir zusammen eine glühbären wie heißt das auf bali ja auf bali haben wir es gesehen glühwürmchen glühwürmchen man rubert fühlt sich very entertained das soll auch so sein das finde ich gut ja wir sind auch alles entertainer manchmal streiten ergie und ich auch also bleibt dran das ist richtig wichtig und richtig aber wie ist das oh wir müssen hier was kaputt machen das force field der force field generator hat hier oh ich bin da da reingeflogen und wie sollen wir es kaputt machen ach mit den glühbären hier wahrscheinlich die müssen wir holen ja 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 okay aber aber hier und feuer hey du hast meinen weggenommen wir haben hier viel feuer alter easy weggeknallt voll die bombe oh das ist hammer witzig der wird zu fliegen das spiel ist einfach nur der 1 plus alter einfach nur der 1 plus äh wie komme ich nochmal runter mit dem vogel äh auf unterfliegen ach hier ja genau mit dem vogel mit dem sogenannten vogel wie komme ich nochmal runter alter du bist ja heute richtig gut drauf ich bin heute richtig gut drauf das ist ein toller ausgleich so nach so einem scheiß arbeitstag arbeit nervt weiß jeder das ist so ich werde eigentlich entschieden dass man so viel arbeitet und so wenig zu hause ist okay äh okay was haben wir hier wir haben eine katze wir haben einen mond hier sieht's wir haben eine katze und hier sieht's ja so aus als würde eine brücke kaputt gegangen sein lass uns einmal kurz zusammen das hier aufnehmen wir haben eine katze einen mond eine biene wespe was auch immer ein hund eine sun und einen vogel schau mal ich kann hier ich bin der zauberer der zeit ich kann die zeit wieder zurückdrehen dann kannst du da schon mal rüber genau das ist äh ja voll die herr der ringe brücke minen von moria oder was sagst du robert erinnert dich dich das auch an die minen von moria ah den macht ihn mal wieder kaputt guck mal bitte ähm was passiert was passiert wenn ich jetzt zum beispiel die sonne anmache macht er nicht ne er macht nichts macht er auch nichts auch nichts und der mond auch nichts auch nichts und der vogel kannst du kannst du die brücke nochmal aufbauen lass mal einen klon da stehen bitte ja genau vielen dank das ist ganz nett ne der ist schon aufgegangen ah ist schon auf ja und schnell durch oh fies warte kurz hey 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 so klon oh ich lauf auch so niedlich ne ah jetzt kannst du bestimmt was machen hier ist Bienenvogel keine Ahnung was okay hast du irgendwo eine große Uhr oder sowas Nein, hier ist eine Pforte Wie viele haben wir denn? Wir haben 6 Es ist einmal 1 Uhr, 2 Uhr, 4 Uhr, 7 Uhr, 5 Uhr Wahrscheinlich müssen wir es vielleicht irgendwie Alle 2 Stunden ist wahrscheinlich Kannst du mal mit der Biene anfangen? Achso, dann machen wir 2, den Vogel Dann den Mond Und die Son Aber, ne Aber Ich versuche nochmal die Weste Das verändert 1 Aber das ist auch, macht gar keinen Sinn 1, 2, 4 5, 7 Verändert sich die Uhr denn, wenn ich drauf hau? Ne, ne? Ne, gar nichts verändert sich 2 1 1 mal 1 sind 1 2 Ah, 2 mal 2 sind 4 Ja 2 mal 2 sind 4 Und dann ist 7 Aber dann ist 7, macht keinen Sinn Was ist, wenn ich auf den Hund tippe? Es splittert auch rot Es splittert auch rot Was ist das für ein Geräusch? Das bist du Fettsack auf diesem Ding Hm, das ist mal richtig gutes Rätsel Ja Aber das war gar nicht schwer Also 1 mal 1 ist 1 2 mal 2 ist Ah, ne, das macht ja dann gar keinen Sinn Plus 1 1 plus 1 sind 2 2 plus 4 sind 4 Ne 4 plus 3 Ah, das ist doch klar Warte, wir fangen an mit Wir fangen an mit dem 1 Uhr, 2 Uhr Haben wir denn eine 3 Uhr? Haben wir eine 3 Uhr? Ne, wir haben leider nur 4 4 Uhr Und dann 5 5 6, 7 Ne, 5, 7, 9 Aber warum sind wir denn? 5, 7 Uhr, 9 Uhr Okay, pass auf Lass mich mal machen Guck mal nach links Ja Ne So, dann kommt der Vogel 2 Uhr Dann kommt die Katze 3 Uhr Dann kommt der Mond 5 Uhr Dann der Hund Und dann kommt die San Ich bin so schlau Ich bin so schlau Ich habe dieses Rätsel ganz allein gelöst Du bist ein dummes Schwein Ich bin ein Schlau Das weiß jeder Und Nadine Ist ein Tobi Du bist Drecksack Du bist ein richtiger Drecksack Drecksack sind Worte Die nur Dummies Behörden Na und? Na und? Du blöde Kuh Dafür kannst du Weiß ich auch nicht Sehen das mal Ich hatte gerade so das Gefühl Dass du die Uhr nicht lesen kannst Ja, ich wollte dir das schon immer mal erzählen Eck Ich habe mich aber nie getraut Aber ich kann nur die digitale Uhr Nadine Schalt dich nicht ab Ja Ich lerne lesen und schreiben Okay Ich bin an den Wämmchen vorbeigefahren Sind die denn ganz? Das Forcefield ist away Yay Die Figuren gehen weiter Oh, ich bin hammer schnell gefahren Geflogen Hey, müssen wir nicht hinterher? Schnell, schnell, schnell Hier geht's weiter Hier sind große Uhr Zeigern dran Die Zeiger können wir selber nicht Los, da bewegt sich was auf jeden Fall Stopp Du musst auch noch einhaken Bitte? Oh nein, meins geht wieder weg Scheiße Nur weil du so ein lahmer Sack bist Ja Top Du kleiner Pisser Wir sind heruntergefallen Oh oh, kommt die Wende näher oder was? Äh, haben wir die Stresssituation für mich? Nummer eins Das ist drüber warm Kannst du die Zeit mit der Ansteuerheiten halten? Kann ich nicht Wie jetzt? Ja, kann ich nicht Du kannst ein Klon hier hinstellen Hier Und dann dich danach einmal dahinter teleportieren Genau, los Und jetzt schon, was? Ja Und halt das bitte an Hör auf zu heulen Ich hab dich gerettet Das ist überhaupt keine Stresssituation für mich Was ist das denn? Das sind kleine Mäusis? Ah, die sind ja richtig klein Kleine Mäusis Wo sind wir? In einer Uhr oder sowas drin? Was bewegt sich? Bewegt sich was? Wahrscheinlich jetzt gleich Ah, warte Jetzt sind wir Jetzt fahren wir hoch, ne? Ja, wir sind irgendwie in einem Ich würde es auch sagen In einem Uhrwerk Oh, wieder 2D Wie geil, ich laufe Zurückgelehnt Wir sind in einer Uhr Meine Oma und Opa hatten so eine Uhr mit so Gewichten dran Die sind voll krass, so eine Uhr, ne? Ja, wie geil das einfach nur aussieht gerade Oh, schüch Und die Richtung ändert Was passiert jetzt? Heftiges Uhrwerk Wow, wie sich das alles aufbaut? Was war das? Ich hatte Ich hatte Raindrop Ja, der hat den Schlüssel doch in der Hand Sein Schwert ist ins Schlüssel Wir müssen den Bruder irgendwie drehen So erstmal Überblick verschaffen Du bist Ich fahr erstmal hier ne Runde Du bist erstmal links rumgefahren Okay Kannst du da irgendwas tun? Ich komm mal erstmal mit zu dir Weil du so Ja, zu schnell bist du alles Wowie Bleib bitte stehen Bleib bitte stehen Voll ab, Erki Kommst du bitte ein bisschen schneller? Du stirbst eh sofort Gar nicht wahr Ich bin nämlich die beste Springerin auf der Welt Das weißt du doch Haha, du bist gestorben gleich sofort Ich nicht Weil ich besser hüpfen kann als du Lüge Wow, das sieht so schön aus hier überall Ich weiß noch nicht so genau, was jetzt hier passiert Was soll das hier sein? Alter, wo bin ich denn? Ich seh den Da drüben ist auch irgendwie was, ne? Ich kann hier was mit der Zeit machen Wow Kannst du da gleich rauf Ich geh da rauf Hopp Zurück Ich muss jetzt hier Ich hätte mich Da musst du einen Klon lassen, liebelein Genau Und Wowie, ist das cool gemacht, ey Warte mal ab Du bist ja wild Warte mal Mach da mal einen Klon hin Mach da mal einen Klon hin Ne, das macht keinen Sinn, oder? Die Klappe geht hoch Ist doch wohl klar Ah, cool Warte Ja, und was jetzt? Äh, ich hab vergessen, was passiert Alter, diese Spirale da an der Seite Killt mich Dreh mal ein bisschen, dass ich sehen kann, was passiert Ne, andersrum Ich muss ja auf diese andere Genauso So? Äh, da kann ich einfach rüberspringen, oder? Ja, warte noch kurz, bitte Ja Schick mal jetzt Boah Na, kommt eine Äh Achso Ich glaub, da kann ich einfach so hinspringen Boah Jetzt geh in die Spirale rein Und jetzt Dann kannst du auf die Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte Achso Oh, Hoffmann, Alter Warte, ich mach's so Ich kann nicht so hinspringen Ja, das sehe ich ja wieder nicht Warte, warte, warte Alter, ich glipsch auch voll Lauf doch mal Ich sehe überhaupt nicht, wo es lang geht Also wo wir, wo wir landen sollen Oh Gott Stopp 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 Und zurück Wow Wuppa 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 Hallöchen, ich bin gezleidet Hallo Hier, stecke ich ihn rein Zack, kann ich ihn reinstecken Sollen wir ihn drehen? Ja Immer schön bis zum Anschlag Was passiert jetzt? Hallo Er hat seinen Schwert auf den Fußboden gemacht Was können wir damit jetzt anfangen? Wir können jetzt hier auf die andere Seite hochgehen Ach, hier die kleinen Leute Na toll Nee Ach, da Jetzt hat er es verstanden Erki, hörst du bitte auf? Nee Du Du bist einfach nur wild gerade Ich freue mich einfach Und du bremst mich aus Du bist eine Bremse Du bist eine richtige Bremse Du bist Johns Schnee Und ich bin ein Wildling Du passt nicht auf Dreh bitte um Erki, ich muss erstmal hier abchecken Was hier abgeht Geh dazwischen Geh dazwischen Du bist eine blöde Kuh Du bist eine blöde Kuh Du bist eine blöde Kuh Sehr nett von dir. Ah! Wo ist der? So, du bist da jetzt obene. Du bist da obene. Hier dreht sich auf jeden Fall. Was? Machst du das? Nee, auf der anderen Seite liegt so ein Ding quer drin. Da kann ich dich auf jeden Fall wieder rüber penetrieren. Ja. Und hier oben bei mir bewegt sich auf jeden Fall mal. Das ist auf jeden Fall eine Fackgeschichte. Das ist auf jeden Fall hier eine kleine... Wow. Warte, was passiert, wenn ich den hier nochmal mache? Aha, warte. Guck nochmal bitte auf da... Ja, nee. Kannst du dich an das Pendel hängen? Ja, das habe ich auch schon gedacht. Aber ich kann leider nicht irgendwie F drücken oder so. Sag ich mal... Scheiße. Jetzt bin ich natürlich runtergefallen, ne? Runtergefallen, ne? Oh, Gottes Willen. So, warte, ich weiß nicht, wenn ich den hier angucke, den Bruder. Ah, guck mal, hier ist irgendwas. Ah, stopp, stopp, stopp. Du machst, genau. Du machst irgendwie eine Verbindung. Hast du es schon gemacht? Ich glaube, du musst... Oh, meine Fresse. Ey. Ey, sowas, ne? Geht gar nicht, Erki. Ey. Kannst du es so lassen? Ja, so lasse ich es. Das wäre toll. Okay. Warte. Äh... Und jetzt? Jetzt musst du springen und im Sprung muss ich rüber wechseln. Okay. Und los. Oh, fuck. Fuck. Fuck, Ecki. Fuck. 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 Mal live. Hör einfach auf. Hör einfach auf. Hör einfach auf. Okay. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja, du sagst Bescheid. Okay, ich springe jetzt. Äh. Ich stehe. Und gehe rüber. Oh Gott. Wow. Es penetriert richtig weg. Ja, kann ich erst da hochgehen mit, bitte? Und erst mal geradeaus möchte ich gucken, danke. Und los. Wiii. Super. Ah, ich hole dir den Schlüssel runter. Hä? Ja, oder was? Ah. Hast du es? Darf ich zu dir kommen? Ja, komm. Ohne, dass ich Ärger bekomme. Ah, ich weiß nicht. Hast du ihn ja nicht raus? Oh. Du musst da unten, musst du den Klo setzen. Ja. Hä? Nee. Geht ja auch gar nicht. Das ist ja ein Porden, ne? Hä? Hast du es nochmal versucht? Mhm. Warte. Warte. Ich war nicht richtig gemacht. Und wie komme ich jetzt raus? Danke, Lohmann. Boah, das ist aber ein bisschen unrealistisch. Boah, das ist ein Schlüssel. Warte. Uuuhuut. Uuuhuut. Rein. Jetzt müssen wir ihn da auf der anderen Seite nochmal reindrehen. Nämlich rauf und runter drehen. Waui. Auf geht's. Ein Bulle. Oh, oh. Das sieht nach Endgegner aus. Das sind die Arenen sind immer Endgegner. Ja. Höh. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Äh. Ich lebe. Oh nein. Hey. Zieh ihn an seinem Nasenring, Erkir. Oh, hallo. Wieso immer auf mich? Was ist denn mit ihm? Okay, da ist er. Hier ist irgendwas. Ah, du hast hier irgendwas. Ja. Ah, warte. Ach, da muss er gegenrennen. Kommt er? Oh Gott. Hallo. Wieso immer auf mich so doll? Du dumme Sau, ey. Baust du dieses Ding auf, oder was? Ja. Du kannst nicht so richtig kontrollieren, tatsächlich. Weil er ist super, super sauer auf mich. Ich bleib jetzt nicht stehen. Wieso kommt er jetzt nicht? Warte, lass ihn einfach hierbleiben. Er müsste ja gleich kommen. Jetzt hat er es. Ich kann mich irgendwie nicht mehr bewegen. Er hüpft da aber auf Bildung. Das ist seine Ansicht auch gerade so komisch. Hä? Ach, ich kann hier gar nicht draufstehen. Er müsste draufsteher sein. Ey, jetzt haben wir ihn irgendwie gerade wehgetan, ey. Ich mach ihn, glaub ich, wütend oder so. Kannst du Doppeljump machen, wenn er auf die Züge reinkommt? Ja, kann ich mal probieren. Also Doppeljump meinst du mit, äh, raufspringen auf dieses Ding oder ihm ausweichen dann Doppeljump? Ich gehe einfach ausweichen nach oben. Ich guck mal, jetzt ist er ja wieder sauer. Nee. Ich kann irgendwie... Ich hab's auch noch nicht so ganz verstanden. Plötzlich, wir sind mal irgendwie aufgeholt. Okay. Jetzt war da auch irgendwie gerade so eine Zeitanzeige. Ja, wenn die Zeitanzeige da ist, dann... Guck mal, jetzt... Jetzt renn mal gleich nach hinten. Unter ihm durch, vielleicht. Nee, er muss ja irgendwie dagegen hauen. Mhm. Wenn er auf sich zukommt, renn mal Richtung Statue. Ja. Das Problem ist, weißt du was das Problem ist? Ich kann mich gar nicht bewegen in meiner Dings. Ich gehe nochmal kurz rauf. Richtung Statue, ja. Weil, guck mal, ich drehe mich automatisch zu ihm. Ah, du bist weiterhin rauf. Ja, jetzt stehe ich rauf. So, ein bisschen Zeit haben wir immer. Ein bisschen Zeit hast du, solange die Tür öffnet. Und da ist es nicht. Ja. Guck mal, jetzt bin ich wieder so ein bisschen festgefroren gefühlt. Jetzt kommt er. Okay. Ich rede dich quasi fest. Ja, genau. Also jetzt kann ich mich nicht bewegen gerade. Okay, jetzt kannst du dich bewegen. Kommt er hierher? Nee. Hä? Ah, warte. Ich muss einen Klon machen vielleicht. Nee. Ach Gott. Oder? Ja. Bist du sicher da drauf? Jetzt bin ich da drauf, ja. Aber wie machen wir jetzt, dass er da hinkommt? Ich glaube, du musst den Klon eben nicht da drauf machen, sondern zum Ausweichen benutzen. Ja, das kann auch sein. Okay, warte. Okay, warte. Einfach nebenbei oder was? Ich gehe einfach mal hier. Hier mal jetzt mal einen Klon. Okay, oder auch nicht, weil er mich nervt. Mann, du bist doch auch so ein fettes Ding, was sich immer auf mich raufwirft, ey. Spaß hier. So. Lass mich in Ruhe. Wann kommt er denn? Ich sehe es nicht jetzt. Warte. Warte, komm. Er hat sich weggehauen. Alter, er nervt hammer doll. So, einmal Klon machen, perfekt. Das, rauch stellen. Warten, was er macht. Und dann, wenn er loschargt. Yes. Yes. Okay, das war Level 1. Oh, oh, achte. Geht falsch. Okay, was ist los? Ich sehe nichts mehr. Bitte bleib am Leben. Danke. Hast du Flo wieder? Ja, habe ich schon. Oh, warte. Jetzt ist er gerade. Oh, Mann, ey. Alter, was ist denn so ein scheiß Problem mit mir? Ich bin super sauer schon wieder auf ihn. Er greift immer nur mich an. Nur weil ich klein und hübsch bin, ne? Okay. Scheiße, das war so früh. Oh, Mann. Da wird echt jeder Fehler bestraft, ey. Oh, vor allem, er greift immer nur mich an, dieser Fettklops. Kannst du das aktivieren hier? Dankeschön. Oh, Gott sei Dank. Oh, oh. Das ist nicht gut. Einen haben wir noch. Einen letzten. Mann, du bist so ein Penner. Alter. Das ist so eine Spastik. Oh, falsch an. Yay, geschafft. Jetzt haben wir nur noch einen Zuschauer, nicht wahr? Du guckst mir zu. Doch, ich bin auch da. Ich auch. Komisch, ne? We better keep moving. Come on. Genau. Nein. Oh, Gott. So. Okay. Mehr kannst du nicht? Okay, warte. Kannst du noch mal runter machen? Okay, jetzt ist es wieder hoch. Wo müssen wir denn wohl hin? Ja. Wupp. Äh. Komm mal. Nein, bin ich nicht. Warte, ich muss nochmal einmal geradeaus durchschwenken. Okay, jetzt werde ich es wohl schaffen. Okay. Wowie. Heftig. Hier muss ich was mitmachen. Ja, irgendwas passiert. Kannst du alle so bewegen? Nee, nur den letzten. Oder nur den einen? Nur den letzten. Wo gehst du ganz hin? Ja, ach so. Guck mal, ob ich da noch einen. Äh. Ach, du kannst das auch so hochhüpfen. Genau. Ah, warte mal, jetzt ist er aber wieder... Ah, guck. Ah. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, nein, nein. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Hm. Aha, aha, aha. Scheiße. Haha. 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 Ja, weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Ja. Oh, Gott. Oh. So, mal gucken, ob ich hier irgendwas auslesen kann, X. Gut, geil. Gut, geil. So, ich kann hier irgendwas machen. Ah, ich schiebe jetzt irgendwie so ein Ding runter. Achtung. Achtung, leg auf dich. Haha. Bitteschön. Was auch immer das jetzt für dich bedeutet. Ach ja, du kannst es so hoch transportieren. Na, logisch. Ja. Ja. Witzig. So. Jetzt sind wir hier um. Oh, hier ist ein Knopf. Ich habe einen Knopf gedrückt. Und hier hat sich was aufgebauscht. Eine Treppe. Ah. Ähm, ich glaube, wir müssen es andersrum machen, dass ich auch mitkommen kann. Weil ich muss mich dann klanen. Stimmt. Tag, ob mein Klan ist. Komm runter. Wupp, 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 wupp. Komm, komm. Wir sind so schlau. Ach, unsere Püppchen sind ja noch da. Ja. Ich will ganz vergessen, dass das der Auftrag ist. Hallo. Hallo. Oh, sie stehen zueinander. Oh, oh. Oh, wir sind getortet. Wir sind getortet. Wo waren dann die? Ich sehe sie nicht. Ach, da. Jetzt habe ich auf meine Figur gekocht und dann getortet worden. Ist ja witzig. Was? Ach, da,an. das messer schaff oder der fies schwein schwein Boah, da hat es mich erwischt. Am Leben bleiben, am Leben bleiben. Ja. 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 Witzig ist das. Ja. Wappah, wappah. Wappah, wappah. Wappah, wappah, wappah. Wappah, wappah. Scheiße. Alter, ich bin auch richtig bescheuert hier oben. Wappah, wappah. Zack. Und zack. Und zack. Oh, Achtung, hier hätten wir jetzt noch. Oh, shit. Nicht geschafft. Oh, ne, wieder von vorne, oder was? Scheiße, das kann ewig dauern, Erki. Das tut mir jetzt schon leid. Ah. Wappah, 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 wappah. Okay, ich bin da. Das ist so schwer jetzt gleich noch. Ja, schwer. Wappah, wappah. Komm auf, Timing. Wappah, wappah. Und tschüss. Oh, Gott. Du musst gucken. Oh, scheiße. Ja. Du musst gucken. Da ist hinten so ein Pimmelrad. So ein Rad mit so einem Pimmel dran. Da musst du dich ranhängen. Ach, da hinten, ja. Ja, da musst du so ein bisschen... Ja, dieses Rad. Ja, da musst du so ein bisschen schwingen. Los, 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 los. Warte, 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 warte. Jetzt gleich wieder weg. Oh, heftig. Oh, heftig. Very good. Ich verrih die, die noch verschneuert. Very pretty good, Anna. Wow. Anna, guck. Oh, das sind unsere Vögel. I just want to get out of here. Oh, fuck. Too late for that. Okay. Let's go. Oh. 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 Äh. Geil, dass es gemacht ist. Alter, was passiert in mir? Hui. Oh, oh, oh. Okay, warte. Das ist, äh, das Uhrenfeld hier. Ist kaputt. Ja. Okay, wo ist denn der? Ja. Was sollen wir denn machen wohl? Mit dem Kleinen? Oh, Achtung, Achtung. Er kommt da. Oh, Alter. Da geht er auch wieder hoch. Ja. Oh, nein. Oh Gott. Ah. Ich war sehr overacted. Was macht er denn da? Oh. Oh. Ah. Er ist so sauer. Ja, macht's einfach. Ich dachte, er ist ein Freund. Das ist eine riesige Grusel. Und er klatscht dagegen. Jetzt war ich auf deinem Windelarsch. Ja. Und du auf deinen Lebenarsch. Lebenarsch. Geil, dass er aussieht. Haben wir gerade hier. Okay, wir sind. Oh, bin ich. Tschüss. Wow. Oh, ich bin runtergefallen. Und nicht dein Ernst. Okay, ich wurde umgehauen. Oh, heftig. Sinne für dich. Pass auf, die Gewichte kommen auf uns zugerast. Ah, tot. Alter, was ist denn hier los? Oh Gott, Entschuldigung. Oh, das ist wirklich nicht cool. Bin ich das gewesen? Oh, ne. Äh, heftig. Große Arena, die wir da noch haben. Okay, geht richtig ab. Alter, was ist denn? Das ist ja nicht groß. Okay, wir fallen. Oh, wir dürfen in die Schredder fallen. Baby, this is our way out. Oh nein. Was ist denn hier los, ey? Oh. 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 Was ist denn hier los, ey? Ah, wir müssen die Uhren kaputt machen, glaube ich. Ah, okay. 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 Alter, ist das crazy. Ooh, das ist richtig sauer. Oh. Ach du scheiße. Boah, das tickt mir im Hintergrund. Hier brennt der Arsch. Windel. Okay, was muss ich machen? Äh... Ja, ich könnte es probieren. Scheiße, zu weit. Oh, Mann. Ach, du fliegst noch in der Luft? Ja, ich flieg halt noch in der Luft. Oh, Gott. Ich habe einfach mal die Plattform gewechselt. Ich soll dich holen wahrscheinlich, oder? Du bist da hinten. Ja, ich könnte jetzt weiter. Bin ich drauf? Boah, ich bin so langsam. Okay, stopp. Stopp, ich gehe da rauf. Ich bin so langsam, okay. Äh... Äh... Nee. Ja. Dann gehen wir hier auf den da. Auf den? Boah, Alter, ich kann mich gar nicht... Ich gucke mal, wie langsam ich mich bewege. Okay? Auf den ganz kleinen, der da kommt. Der da? Oh. Ja, von dem warst du doch. Aber welchen meinst du? Bleib in der Richtung. Guck mal bitte. Andere Seite. Nein, andere Seite. Da, wo du jetzt hinguckst. Genau so im Kuchenstein. Nein. Andere Seite. Ich mache gar nichts, Erki. Du bewegst mich, du Dussel. Nein. Ich mache gar nichts mit meiner Maus. Ich mache nichts. Okay, dann gib mir den. Den? Geh da rauf. Ich glaube, ich gehe wieder da zurück, oder? Auf den Kleinen, der unter dir ist. Da, der mit Feuer. Der da, ne? Direkt unter dir. Achso, ich dachte, ich probiere mal den da aus. Schaffe ich nicht. Okay, warte. Unter mir. Der da. Okay, warte. Okay, warte. Ja. So. So. So, ich hoffe, ich habe ihn rauf. Okay. Oh. Auf den? Versuch's. Ach, maaaannn. Oder auf den? Warte, ich kann ja auch auf den. Ja. 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 Auf den? Auf den. Ja. Ja. Äh. Ja. Ja. Da bist du Kannst du einen Feenraum? Den war ich auf jeden Fall schon mal Du fliegst halt weiter nach da an, Alter Ja, du musst jetzt zum Herzen Vom Feuer, ne? Auf den? Der fliegt ja genau Guck mal bei mir Ja, das was unter dir da war gerade Das da, ja Das müssen wir bekommen Warte mal gucken, ob ich das Da ist es, warte mal, da, 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 da ist es Warte mal hoch Da, oder? Das da Ja, konntest du da rausspringen? Soll ich es mal probieren? Ja Alter, diese Ansicht Oh ne, ich sterbe vorher, leider So, pass auf Wir gehen mal von hinten Das Bett Das geht Das ist doch Da ist es doch Mit so zwei Kreisen Mit so zwei Kreisen Siehst du das? Ja, ich seh's Ich seh's Ich seh's Kommst du irgendwo Und gehen wir mal die Kreise weiter Warte, die Kreise sind über mir Über mir, über mir, über mir, über mir Das ist das lange Ding Über mir Lange Ding Ja Da muss ich rauf Warte mal Ja, stopp So Hm, warte Stopp Auf die kleine Plattform Hm Oh, ja Ich bin, glaube ich, zu dem Kreis, Heini Warte Ja Das geht Jetzt muss ich zum Bett Stopp Zum Bett Oh, ja War knapp, ne Ab geht's Stopp Muss ich dich nicht einfangen So Oh Gott, oh Gott Was auch immer das jetzt war Wo dieses Gelegt herkommt Was auch immer das jetzt war So Was auch immer das jetzt war Wo das ist Hä? Was ist denn? Ich will das vielleicht nicht. Aber wir mussten gleichzeitig wahrscheinlich da irgendwie. Was soll ich loslegen? Falt. Falt. Rückdrehen. Zwei. Oh, ich bin. Oh, ich bin. Oh, großartig. Du bist so gut. Du fühlst es? Oh, sag mal, du fühlst es. Komm mal, sag mal, du fühlst es. Huh? Huh? Ich fühle mich. Hey. Du wirst du den Ende des Zettbewerbs? Bist du der Wahrheit? Aha. Okay, okay. Ist das die Weise du willst? Ja. Okay. 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 Okay, let's do it! Ah! Ah, wir waren da drin. Fall da bitte nicht runter, mein Kind! Das kannst nicht du sein. Wie? Ach so, wenn alles pünktlich ist? Nein. Ich hasse pünktliche Menschen. Spaß! So, wir kriegen jetzt das erste Fiddle. Nummer 1! Nummer 1! Nummer 1! Nummer 1! Are you ready for piece number 2? That's the number 2? No! Ah! Ah! What else besides love? People get together. Ah, mortgage. Kids? No! Attraction! Ta-da! It pulls people together! We don't need attraction. We're getting divorced. Aha! Ah! That's because you lost it. But don't worry. I'll help you find attraction again. No. Okay. Ha! Oh no! Winterzeit? Woo! Wah! Yeeha! Oh! Oh! That's not how it works! A magnet always has both poles! Hahaha! Not these magnets! Come on! Oh! Hey! 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 Where'd it go? Hey! Why does this place look so familiar? Oh, wait! Hey, you recognize that mountain? Yes! Yes! This is where we had our first skiing trip together! Hmmm! Süß! Oh, in der Schneekugel sind die drinnen! Oh, er geht! We're stuck inside that snow globe we bought there! You're at the top of the mountain or receive your next piece of the letter! Witzig! That's the whole time! I like that! Haha! Stimmt! Mouhaha! Muop 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 muop! You did that! Muaha! Muop muop muop! What is wrong with that guy? He's obscene! Oh, chilly! Ja, pass auf, ich kann den reinziehen. Du kannst ihn dann rüberschießen. Ja, ich muss ihn dann rüberschießen. Ja, ich kann ihn nicht rüberschießen. Ich kann ihn nicht rüberschießen. Ich kann ihn nicht rüberschießen. Ich glaube, ich muss mich ranhängen. Du musst die Axt ansaugen. Meine Axt ansaugen. Na klar. Okay, lass mal los. Ich glaube, ich kacke sie weg. Sehr gut. Ja. Du bist ein Schwein, so. Ich habe dich geärgert. Ja. Ja. Oh, look! A saw! Hey! Remember our first Christmas with Rose? You mean when all the Christmas trees were sold out? Yeah. We snuck into the woods and cut down one ourselves? I thought we'd get caught for sure. Timber! Found me Timber! Woah! 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 hah! Moinus und Moinus, das gibt's plus! Du stößt sich ab! Lohre holen Holst du die Lohre? Ach da, ich hab nicht nachher Okay, schreck Hey, falsch Okay, spring rein Hey Okay Kannst du da irgendwas schieben? Ähm, nee, du musst Warte mal Jetzt War zu nah dran Hallo Alle Schön, dass du am Start bist Wundervolles Spiel weiter Guck mal, ich hänge dran So krass cool, ey Ah, jetzt muss ich mich da hoch Und jetzt Ach ja, klar Oh wowie Es sieht so schön aus Für mich ist das ja gerade nichts Da komm ich nicht hin Ja Ja Was wird Ehm, ja, hier Hier Ja Sehr gut Kannst du selber Oh, äh Ah, nee, warte, ich mach das Warte kurz Muss ich denn hier schon ran? Nee Zuerst Äh, mach das Was ist das los? Gehst du da die Treppe hoch? Oh, scheiße Und HEP Scheiße, losgelassen TAD Woop, woop Woop, woop Woop Okay, irgendwas muss ich dir wohl füllen. Das glaube ich auch. Ein Meter weiter. Geh auf die Brücke da. Kein Kommentar, okay? Okay. Verletze, nein. Wääh. Wääh. Gib dich da hinten hin und falls es nicht mehr weitergeht, hältst du dich da fest, ja? Ja, ich halte. Aber es funktioniert nicht. Guck mal. Ich puste mich doch dann auch weg, oder nicht? Ich muss nichts machen einfach, oder? Nee, doch. Warte mal. So, was ist los? Nee, das geht nicht. Dann spring mal rüber. Hä? Wohin denn? Einfach springen und ich ansaugen. Du bist so, riechst da ran. Ja. Ja, soll, soll. Hä? Warte mal, wir müssen kurz überlegen. Zum Ansaugen brauche ich ja rot. Und warte mal, geh du mal auf die Brücke. Das macht ja gar keinen Sinn, ne? Hä? Weil ich saug mich an rot ran und blase mich vom blau weg. Ich saug mich ja auch weg. Du nimmst rot, er macht dich weg. Jetzt machen wir Doppelsprung und zieh dich ran. Das war eigentlich... Nee, ich kann mich nur an rot ranziehen, Erki. Aber wieso... Ja, ich verstehe das. Aber warum kann ich... Du kannst dich am blau... Irgendwas muss... Okay, das ist doch... Und sonst kann ich hier... Blau... Da sehen wir irgendwas... Drück mal. Können wir uns auch gegenseitig anziehen? Nein. Schade. Lass mal los. Wenn ich das mache, dann blase ich mich ja weg. Guck mal, das, wo der blaue unter ist, das ist auch so eine Klappbrücke. Siehst du das? Guck mal, wenn du ein Stück nach links guckst, dann kann ich sie ranholen. Aber wieso kann ich die denn nicht mit meinem blauen ranholen? Ich glaube, das ist ein Fehler. Der Logik. Doch, doch... Also... Also... Und jetzt... Das ist doch das... Aber... ... ... ... ... Schau mal her, liebe Lein Wenn ich hier Doppelsprung mache Kann ich die schon mal so ein bisschen ranziehen Ich komme erst mal wieder hoch Ich fahre abgelenkt Ich habe es geteckt, glaube ich Na? Geh mal bitte hier hin Kannst du von hier schon den Strahl machen? Nee Nee, auf den linken Ja, von hier Dann halt mal gedrückt und lauf mal hier irgendwie lang Bis kein Podest hier Jetzt ist es weg Ah, bleib mal da Ich hab's gelöst Geh mal da rechts auf das kleine Podest drüber Mitgedrückt? Nee, 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 einfach da bleiben Hier Ja, da bleib mal bitte Ach, und ich hole mir den wieder Ach, Mann So einfach Ecke, ich muss jetzt gleich ins Bett Oh Du musst jetzt ins Bett Weil ich morgen Abend sieben Uhr auf der Arbeit sein soll Aufschließen Ich glaube nicht, dass wir skaten sind, seit wir hier waren Ich weiß Ich weiß Ich weiß nicht, warum ich skaten Ich auch Ja Oh, schau, Cody Oh, Winterclothes Oh, oh Hier geht's Ja Oh, da wird Kamin angewacht Auf dem Ehrenfelger regelt Oh, la, la Oh, la, la I like it here Was it this cozy, when we were here? Yeah Yeah, it's just Just like I remember it You wanna You wanna hang out here for a while? Oh, we should get going Yeah Yeah, yeah, you're right Dino, come on What? Where are you going? Oh, oh Ja, ich hab's gel Oh, oh Oh, ja Oh, wowie Ist das cool Du kannst richtig Beat aufnehmen Alter, mit Drehung Ippie Ippie Ja And I still got the hang of it Wo soll ich? You should do this more often! Definitely! Woohoo! Woohoo! Geil! Das schockt ja mega! Hammer geiles Level-Design hier Wenn sich so viele Spiele noch ne Scheibe von abschneiden Ihr träumt heute bestimmt gut, ja das glaube ich auch Ist nicht geil Oh nein Ja Ha ha Look at it now! Silent, dead, frozen You need to wake it up from its winter sleep! How are we gonna do that, genius? There's ice everywhere Use your magnets Magnets don't melt ice Exactly! Put the bells in this town and break the ice Now, break the ice and get your prize Okay Nadine, wir müssen hoch ne Glocke Sollen wir es jetzt noch machen? Oder willst du es machen? Ich würde gerne das jetzt noch machen, aber ich würde auch zu bad Aber wir machen das jetzt doch Okay? Let's do this Wenn wir Glocken gemacht haben, dann Oh guck mal Ich hab da was für dich Du konntest es schon Ja, das machst du gut Warte kurz Ich spring da hoch Wuh! Oh, bin gut Hast du mich zer-ditcht? Hast du mich zer-ditcht? Findest das in Ordnung? Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte Mach so, dass du immer hin und her springen kannst Fangen wir dann an, genau Fangen wir dann an, genau Fangen wir dann an, genau Heyyyyyyyy Oh Und Ach Wacke, wacke am Sack Man muss et match immer ran by Man muss einfach mal ranziehen oder nicht ranziehen Ranb forecast Okay. Oh, okay. Oh, ups. Oh! Steven! Hey! Oh! Das ist süß! Wie riesig die sind! Süß, wie die da unten langlaufen. Okay, ich komme wieder runter. Wo ist die nächste Glocke? Eine. Ich würde leben hier. Ach, echt? Da ist auch noch eine Glocke. Und noch eine Glocke. Und noch eine Glocke. Und hundert Glocken. Und ich gehe niemals schlafen. Ja. Kann ich die noch machen? Ja. Okay, lass uns von links nach links. Oh, wow. Oh, das macht so Spaß. Das Spiel. Was ist das denn geiles hier? Dosen werfen oder so? Schneeball. Schneeball. Hallo! wieso kannst du kurz verwarten ich kann die da nicht mehr aufnehmen guck doch mal wenn ich drück man hör auf du dumme drecksau jetzt habe ich verstanden dummes kleines pisser kind mann wieso bist du so schnell du dumme sau und du gehst mir so auf den sack ich mach die glocke hör jetzt auf er wischt mir noch eins und schneeball bin ich weg ich hatte richtig gewerft ja Hier, den Kran rumdrehen, bitte. Nein, falsche Richtung. Dann musst du den drehen, bitte. Ja, warte, dann kann ich ja auch hier ran. Ist ja egal, oder? Da hochkommst du nicht. Da komm ich gar nicht ran. Mach mir den mal hier hin, bitte. Warte. So. Los, Fettsack. Jetzt? Jetzt häng ich mich da ran. Jetzt hältst du dich fest. Und gehst da ran. Yes. Jetzt kann ich hier hoch. Abstoßen. Das hat man nicht gemacht. Der kommt gleich runtergefallen. Wuh? Nein, du hast nicht weit genug gedreht. Ah, bei mir. Der kommt jetzt zurück. So, schnell rüber. Bis es nicht mehr geht. So, dann wollen wir mal gucken hier. Ich kann mich... Achso, du musst... Du musst mich wieder zurückdrehen. Gibt es nicht mehr. Komm an die Nase! Oh, wow! Schau an die Lichter! Okay, das war jetzt der Erste. Ich denke, ich sehe ein kleines Marktplatz! So cute! Oh, sorry! Good shots! Wir gehen zur nächsten Docker. Jetzt mal hinlegen. Oh, man! Das ist nicht schwierig. Gehst du dich zu mir kurz? Nein. Ich möchte keine... keine Nähe zulassen. Denn ich bin Mei. Und jetzt? Da geht's. Da ran. Okay, kannst du dich da ran... Okay, kannst du dich da ran... Ah, ne! Ne, 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 ne! So. Kannst du da weiterdrehen? Hammer schnell! Halt! 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 Stopp! In eine andere Richtung, sonst würde ich mich jetzt... Nein! Ja, warte! Kannst du nicht da laufen, du Pussy? Ich muss mich doch abstoßen! Sexistin! Nein, kannst du gar nicht! Du bist rot, du Dussel! Ach so, ja, warte! Kannst du dich nochmal drehen? Dreh, 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 dreh! Dreh! Nochmal? Ist das die richtige Richtung? Das kommt noch hoch, da.. Na ja! Oh, warte! Sorry! Geht das? Ach, super! Super ist das gemacht! Oh! Oh, warte, 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 warte. Warte, kannst du mal zurückdrehen? Ich brauche Rot, Erkid. Stopp! Windrad, weiter! Ach so, nee, jetzt musst du ja so lange drehen, bis Blau kommt. Stopp! Ja. Ah, gehst du rauf? Wowie, bong! Ein Riesenrad! Es hat gebongt. Warte, komm bei den Fahnen. Willst du da mitfahren? Ja. Wo ist es da? Ich denke. Kann man da wo rein? Nein. Nein. Boah, ich mache aber schnell. Ich bin auch drin. So richtig schnell, okay? Schneller! Oh, wowie! Das ist cool! Okay, jetzt will ich hier mitfahren. Oh! 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 Warte! 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 Oh, hier ist gar kein freier Platz mehr. Okay, ich sitze bei so einem Dicken drin. Oh, fies! Man stirbt! Man kann den nur selber anschubsen. Ja, ganz toll! Haben wir jetzt alle! Gehen wir jetzt mal zum... Letzten Tor! Oh! Denkst du hier lieber! Okay! Werbe! Nein! Warte! Warte ich nicht mehr, wie es wir noch nie können. Da kannst du dich einfach rannehmen. Okay, ich kann dich gleich da hoch schießen. Ich kann mich hier aber nicht festsaugen. Ich? Nö. Hä? Komisch, da muss ich wahrscheinlich noch irgendwas ankicken. Du kannst da was machen. Okay, jetzt bin ich hier und hier ist eine Wand. Kannst du mir irgendwas hierher, die Wand verschieben? Ah, da kommt irgendwie was runter. Den habe ich dagegen geschaffen. Ah, warte, pass auf. Kriegst du da jetzt ein paar Dinger hin? Die bleiben dann runter. Kannst du dich da so waschen? Wieso habe ich da jetzt schon Probleme, mich da ranzusagen? Wieso habe ich da jetzt schon Probleme, mich da ranzusagen? Ey, Bruder. Malaschisch. Geht nicht gut. Geht nicht gut. Warte, pass auf. Machen das jetzt mal. Machen das jetzt mal für richtig. Ja. Warte, du bist ja jetzt weit oben. Ja, wäre schön, wenn ich da auch noch ein paar mehr kriegen würde, ne? Schade. Schräg, schräg, schräg. Geht nicht. Guck mal, er nimmt den anderen nicht. Muss schon untereinander sein. Ja, ich habe das doch gesehen, dass er das... Hast du das gesehen, ja? Ja, ich sehe doch, immer wenn der blaue... Guck doch mal, ich bin doch jetzt so. Ja, los! Und dann... Ja, ich drücke, Erki. Es geht nicht. Okay, okay. Du tust doch immer so, als wäre ich voll dumm, ne? Okay, pass auf. Damit ich glaube, dass du komplett dumm bist, sag mir, was ich machen soll. Übereinander. Und näher an die Wand dran, vielleicht. Ich glaube, du kannst ruhig größere Abstände nehmen, weil... Oh, Mann! Können wir auch blau ran machen? Guck mal, er macht es nicht. Ich fall wieder runter. Da unten funktioniert es ja. Ich verstehe nicht, warum es dann nicht mehr funktioniert. Ich mache nichts anders da oben. Komisch, oder? Ich... Ich... Ich mache nichts anders. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt macht's wieder nichts. Jetzt geht's. Mach nichts anders. Oh, Gottes Willen. Uhhh. Uhhh. Und jetzt? Oh, ne, ne? Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, scheiße. Kannst du ein bisschen näher ran? Noch nimmt er sie nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. das nicht mehr machen. Oh Mann, ey. Er nimmt den anderen da. Was soll das? Versteh ich nicht. Blöd. Richtig blöd. Richtig blöd. Scheiße war das. Waaaaa! Island! And that's the last bell. Rise and shine, everyone. Hey, hey. It looks like that gondola lift is working. Wow, this place has a great energy now. Wir hängen an einer Eule. Dann Schlittschuhfahrt. Ja. Wir müssen hier hin. Wir haben unsere Gefühle fernander wieder aufgeprescht. Ja, das finde ich super schön. Oh, wir lieben uns. Wir lieben uns hier. Ich habe es. Aber ich lasse sie nach Hause. Du könntest mir sagen. Instead of spending money on new gifts. Ich bin froh, dass du dich entspannst. Natürlich nicht. Ich könnte es warten für meine Weihnachten. Aber was passiert mit den Weihnachten nach Hause? Oh, ich habe sie. Das sind deine Weihnachten im nächsten Jahr. Smart wie immer. Apreschi. Uhlala. Ein bisschen pavaki. Uhlala. Along. Wir können eine Party. Awesome. Hey, wo ich bin. Oh, wir können Hüse klauen. Witzig, ich hab' nen Hut geklaut. Ich bin blau. Boah, der ist witzig. Guck mal, was ich für einen hab. Ah ne, ich nehm' den. Guck mal, ich hab' nen Damenhut. Boah, hier wird richtig gedanced, Alter. Oh oh, jetzt machen wir ne Bob-Fahrt. Oh yeah! Hör auf! 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 Du hast wieder rausgefallen. Magst du die wilde Fahrt? Du bist ja rückwärts. Wie müssen wir nach der Oberfläche kommen, von hier? Oh, komm mal! Wer wird dich auf der Oberfläche kommen? Nur folgen sie. Aber die Lichter sind nicht auf. Manchmal. Die Antwort ist, dass die Schmerzen. Ich habe ihn und ich habe ihn. so hier ist schloss ja leider ja ich würde am liebsten jetzt war das sparen aber ich muss arbeiten es war mir wieder eine ehre und dann spielen wir vielleicht der morgen ab und habe ich auf der baustelle erst mal den leuten ja tschüss freunde ich bin begeistert von diesem wunderschönen spiel ich würde am liebsten weiter spielen wie ihr merkt ich kann gar nicht aufhören aber ich muss leider los es war mir eine ehre ohne euch zu spielen ihr pisser wieder keiner zugeguckt hat es ist schade aber es ist wie es ist wir haben halt keine community außer roberto und andré und wenx vielen dank an euch alles klar bis zum nächsten mal zum nächsten mal rein tschüss 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 tschüss